Mönchengladbach im Rheinland. Eine Region, deren Einwohner als gesellig, humorvoll und lebensfroh gelten. Doch die gute Laune vergeht dem 50-jährigen Rainer täglich bereits kurz vor seiner Wohnungstür. Und hier muss ich dann Pause machen. Jetzt geht's halt nicht mehr, macht die Pumpe nicht mehr mit. Jetzt bin ich also hinter Atem. Und da brauche ich ein paar Sekunden, um dann meine Wohnung zu erreichen. Was ist denn, wenn ihr einkaufen? Wer trägt denn die Sachen da oben? Am Anfang habe ich auch immer die Sachen hochgedragen. Mittlerweile warte ich vor der Türe, ruf meine Kinder zu Hilfe. Vorher hinaus muss ich sagen, wir haben nette Nachbarn, die auch schon hin und wieder mal gesehen haben, dass unten ausgeladen wird. Und die dann mich auch helfen. So eine 70-jährige alte Frau ist besser auf den Beinen wie ich. Es gibt einem zu denken. Wie schärmt dich sowas? Ja, man kann ja sagen, man sagt zwar dann Danke, haben mich nett geholfen, aber im Endeffekt ist das ja nicht richtig. Es müsste umgekehrt sein. Und das muss ich ändern. Da müssen die Pfunde weg früher. Das ist das Ziel. Ich muss eben eine Tablette nehmen. Ohne Medikamente kommt Rainer kaum durch den Tag. Der Kraftfahrer ist nicht nur dick, er ist krank. Das fängt mit Herzrhythmusstörungen an, Bluthochdruck. Und dann haut die Lymphsteuer in den Venen und Wasser in den Beinen. Das Herz schafft nicht mehr, das Wasser richtig abzupumpen. Also ich muss ich Wassertablette nehmen, die natürlich wiederum dazu führen, dass man nicht mehr so ein richtig normales Leben führen kann. Die Last seines Übergewichts muss Rainer nicht alleine tragen. Seine Familie gibt ihm Rückhalt. Doch wo Frau und Kinder ohne Reue zum Nachmittagskuchen greifen, wird sorgloses Schlemmen für den Familienvater immer mehr zum Risiko. 100 Kilo wären bei seinen zwei Metern das Normalgewicht. Rainer wiegt das Doppelte. Vier Zentner, die dem 50-Jährigen bereits erhebliche Probleme bereiten. Und das nicht nur beim Treppensteigen. Die größte Problematik hier ist halt die Dusche. Die ist ein bisschen beengt. Wenn ich jetzt hier reinsteigen muss, dann ist das sehr eng hier. Ach, die Scheiße. Jetzt habe ich das Wasser angestellt. Daran sieht man, wie echt das hier ist. Rainer, wie lange dauert denn so eine Dusche dann morgens? Die dauert dann manchmal auch eine gute halbe bis drei, vierte Stunde, bis man fertig ist. Ja, und das ist halt das Problem hier. Und halt das Raussteigen. Man muss ja so gut festhalten, bevor man raussteigen. Und da war das, dass man dann ausrutschen könnte. Der Risikofaktor Übergewicht macht aus dem Vater ein Sorgenkind. Sohn Alexander ist elf und kann kaum hinsehen, wenn Papa sich hinsetzen will. Hier auf dem Hungsstuhl zu sitzen ist natürlich für mich sehr schwierig. Und dann muss ich natürlich schon gucken. Es ist alles sehr, sehr beengt. Wenn wir hier spielen, dann muss er, dann sitzt er hier so, sagt, boah, nee, ich kann nicht mehr, muss erst aufstehen. Und dann denke ich mir, jetzt muss man wieder Pausen machen. Das ist dann halt fast jede halbe Stunde so. Und ja, das finde ich halt dann nicht so schön. Würdest du das jetzt für ihn gut finden, dass der Papa ein bisschen abnimmt? Auf jeden Fall. Dann könnte er auch zum Beispiel Fitness machen. Wenn er nicht schon wieder in die Lage, wo er jetzt ist, kommt, sollte er abnehmen. Machst du dir ein bisschen Sorgen damit? Ja. Sehr viel Sorgen. Was würde passieren? Warum hast du ihn Sorgen? Ja, er, wenn ich sehe, wie viele Tabletten er einnimmt, da ist schon krass. Boah, Alexander. Boah. Und darum muss er sich ändern. Das ist jetzt der Punkt angekommen, wo die Hunde auch weg müssen. Damit wir wieder gemeinsam auf Fußballzelt gehen können und mal kicken können. Ne, Junge? Ja. Alexander, was macht dich jetzt gerade so traurig? Ja, einfach, dass er könnte halt sterben. Weil, wenn ich sehe, wie viele Medikamente er fast jeden Tag einnimmt, das ist schon nicht schön. Weil ich habe Angst, dass ihn zu verlieren und ist ja klar. Das wird nicht passieren. Dafür werden wir alles schon hier die Regel kriegen. Ich hoffe, ja. Ja, bestimmt. Ich bin sehr, sehr nahe gegangen. Und das hat mich auch wieder den Anlass gegeben, da stark was dran zu ändern. Rainer will dem Übergewicht den Kampf ansagen. Für sich und seine Familie. Die Magdeburgerin Heike leidet nicht nur unter starkem Übergewicht, sondern seit 25 Jahren auch an Elefantiasis. Die Lymphdrüsen der 51-Jährigen sind defekt. Flüssigkeit wird nicht mehr abtransportiert. Die Folge sind extreme Schwellungen. Gemeinsam mit Ehemann Olaf und Enkelin Pia ist Heike auf dem Weg in den Urlaub nach Polen. Ohne Pause schafft sie die drei Stunden Fahrzeit jedoch nicht. Oh, angenehm, schön. Ich wäre am liebsten schon am Urlaubsort. Ich muss ehrlich sagen, mich kotzt das immer an. Aber wir haben noch eine große Baustelle vor uns. Ja, und der Olaf, das ist nämlich auch kein Staumensch. Der fährt lieber einen riesen Umweg. Siehst du, Schnecke, könntest du auch mal fahren? Nein. Doch. Hast du die Idioten gesehen, die unterwegs sind? Na und, das wirst du noch verkraften. Was denkst du, wenn man mir einen Führerschein gibt? Das ist eine Waffe. Eine fahrende Waffe. Nö, das lernst du noch, das Ding Geduld. Du kannst doch fahren. Ist doch alles gut. Nö, ich würde mich schon wünschen, wenn eine Frau den Führerschein hat. Wenn mir irgendwas mal ist oder ich nicht mehr sitzen kann oder irgendwas mal passiert, dann kann sie mit ins Auto fahren. Also, das wäre schön. Aber sie hat ja noch ein bisschen Angst und Vorurteile. Vielleicht kann sich das ändern. Mal sehen. Machen wir wieder los? Klar, machen wir los. Fliegen oder Zug fahren ist für Heike aus Platzgründen zu beschwerlich. Deswegen kommt als Urlaubsziel nur in Frage, was schnell erreichbar ist und darüber hinaus genug Platz bietet. Umfang und Kilos wirken sich selbst auf die Wahl der Unterkunft aus. Also, ich könnte aufgrund von meinem Gewicht und von meinem Gesundheitszustand gar nicht in einem Hotel übernachten. Ja, und da sucht man sich dann halt eine Ferienwohnung, wo man sich bewegen kann, wo man keine Einschränkungen hat. Da gucke ich immer danach. Genug Bewegungsfreiheit ist für Heike der größte Luxus. Im 70 Quadratmeter großen Ferienhaus hat sie ihn gefunden. Genau, erste Füße. Hier spielst du noch ein bisschen, du musst dich noch ein bisschen beschäftigen hier. Ja. Aber er macht mich erstmal ein bisschen schick und tut mich erstmal ein bisschen einmassieren. Ne? Und dann gehen wir auch baden, okay? Genau. Und dann kannst du anfangen mit Lackieren gleich die Seite. Lackierung. Volllackierung oder Einzellackierung? So. Unter ein bisschen. Das geht besser. Ein kleiner Liebesdienst, der Heike hilft, sich trotz ihrer Krankheit als Frau zu fühlen. Also, mein Olaf macht sich schon gut als Kosmetiker. Das sieht immer gut aus. Und die Leute, die gucken immer. Weil die dann denken, wie kann sich denn so eine dicke Frau den Fußnägel lackieren? Wie geht das ran? Das würde ich gerne mal sehen, wie die da rankommt unten. Und ich habe halt einen Mann, der sowas macht. Das hat nicht jeder, oder? Eins, zwei, drei jetzt. Sichtig. Gut. Mach langsam. Einmal am Tag wagt Heike den Abstieg zum See. Jeder Schritt bedeutet dabei ein Risiko. Das Schlimmste wäre, wenn das passieren würde, wenn der Heike hinfällt bei ihm auf oder Abstieg. Weil sie erst mal nicht hochkommt. Zweitens kann sie nicht mehr auf die Knie. Da müsste ich erst mal Hilfe holen. Und das ist dann auch ein bisschen vielleicht peinlich. Deine Nägel sind aber gut aus. Ja, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus wieder. Doch, ja. Hast du gut gemacht. Ach, schön langsam. Ja, deshalb sage ich ja, macht ihr Mann, geht Mann vor, ich komme langsam hinterher. Genau. In ihren schlimmsten Zeiten war Heike sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. Heute ist sie dankbar für jeden Schritt, den sie allein schafft. Ich gehe ein bisschen in den Schatten, ich muss ein bisschen, weil ich nicht kreuz und quer weiß. Hier ist es ein bisschen eben runter zu. Meine Angst zu fallen ist hier sehr groß, weil ich niemanden habe, der mich wieder aufhebt. Das muss man sich dann vorstellen wie eine Schildkröte, die auf ihren Panzer fällt. Ich muss dann mindestens von drei Mann gezogen werden nach vorne. Olaf würde das nicht alleine schaffen. Und das würde ich noch nicht antun, deshalb passe ich dann lieber auf mich auf. Oh, hast gleich geschafft. Siehste, euer Tochter. Na. Aber es geht, je öfters man es macht, besser ist es. Ich setz mich ein bisschen hier hin. So, Ali. Geh weg. Geh weg, ist alles gut. Soll ich nicht, dass ich draufsetze? Nee. Deswegen? Nee, ach schon mal unten. Ach schon mal schön mit Ruhe, so. Ja. Spießt schon, Pia. Für Heike ist das kühle Nass ein No-Go. Denn die defekten Lymphdrüsen beeinträchtigen auch die Immunabwehr. Ich kann nicht in einem See oder in einem Naturbad baden, weil durch meine Krankheit kriege ich dann eine Entzündung in den Beinen. Und das zieht sich dann im ganzen Körper rein. Ich kriege wunde Stellen und ich weiß dann gar nicht, wo ich überhaupt noch anfangen soll zu cremen und zu machen und abzudichten. Und dann lasse ich das. In über zwei Jahrzehnten hat die 51-Jährige gelernt, sich mit ihrer Krankheit zu arrangieren. Ich bin schon zufrieden, dass ich hier sein kann, dass ich hier unten bin am Strand, dem Beeten dazugucken kann. Und wenn es dann zu warm ist, dann dipple ich wieder hoch. Ich muss trotzdem auf nichts verzichten. Dir gefällt es, was Bier? Ja, nicht nur das Bier. Dir auch? Ja, logisch. Aber du hast auch ganz schön zu tun, hier hochzukommen. Ja, logisch. Wann das Ding ausziehen hier. Geht? Soll ich dich festhalten? Ja, kannst du machen. Na, eins, zwei, drei, hopp. Eins, zwei, drei, hopp. Du brauchst bestimmt okay Hilfe. Ja, ich hole nicht. Lachen, wo andere sich beschämt zu Hause verkriechen. Weder Heike noch Olaf empfinden Übergewicht als Makel und stehen dazu. Schön verpackt kann jeder gut aussehen. Und meine Frau ist gut, sechs, siebenmal. Warum nicht? Man muss sich nicht verstecken. Es gibt ja sogar für meine Größen Bikinis oder Tanginis und sowas. Aber das tue ich mir halt nicht an. Das muss nicht sein. Schöner Badeanzug, ein bisschen was gesittet und ein schönes Hängerchen drüber. Bin ich voll zufrieden. Ja, ich mag es eben ein bisschen straff. Also korpulente Frauen. In guten wie in schlechten Zeiten. Seit 30 Jahren steht Olaf seiner Frau treu zur Seite. Egal, wie viel sie wiegt. In der Pfalz haben sich Julia und Andreas versprochen, gemeinsam schlank zu werden. Vier Jahre dauert ihr Kampf schon an. Ich habe sehr große Angst zu sterben, weil ich mich halt wirklich zu Tode frisse. Statt glücklicher Zukunft droht das Beziehungsaus. Wenn sich an dem Gewicht nicht viel ändert, denke ich nicht, dass es eine weitere Zukunft gibt. Andreas' Kampf gegen sein Übergewicht begann mit einer Magenoperation. Anfänglich konnte er sein Gewicht halbieren, doch in den letzten Monaten nahm er wieder zu. Längst hat das Ungleichgewicht beim Abnehmen die Beziehung in eine gefährliche Schieflage gebracht. Ja, wir sind jetzt getrennt. Es ist fast gar nichts passiert. Wir hatten uns versprochen, nochmals, dass wir es wirklich miteinander schaffen werden. Dass er auf sein Ergometer geht, dass er sportelt, ja, dass er einfach mitzieht. Es hat sich nichts getan. Ich konnte ihm einfach nicht mehr helfen. Ich hatte selbst keine eigene Kraft mehr. Immer wieder hat Julia ihren Freund gewarnt. Immer wieder brach er sein Versprechen. Vor zwei Wochen zog sie einen Schlussstrich. Seitdem kämpft jeder allein mit seinen Kilos und dem Trennungsschmerz. Er hofft inständig, dass er wenigstens die Chance kriegt, eine Freundschaft zu kriegen. Da habe ich ihm doch eigentlich vor veränderte Tatsachen gesetzt, indem ich jetzt wirklich Schluss gemacht habe. Meinst du denn, du kannst ihn als Freund geben und nicht mehr als Mann? Ich glaube eher, dass er das nicht kann. Im jahrelangen Kampf um jedes Gramm ging das Glück verloren. 230 Kilo hat das Paar gemeinsam abgespeckt. Jetzt muss jeder allein weitermachen. Liebeskummer kann man nicht wiegen, aber seine Last spürt Andreas jeden Tag. Für den 34-Jährigen war es die allererste Beziehung und Julia seine große Liebe. Am Anfang unserer Trennung hat das sehr wehgetan. Aber im Moment hat sich das Gefühl geändert. Nicht, dass es mir egal ist. Aber es tut halt nicht mehr so weh, wenn ich an sie denke. Das Herz sagt zwar, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, wie wieder mit ihr zusammen zu sein. Aber in erster Linie muss ich derzeit für mich abnehmen. Natürlich habe ich im Hinterkopf, wenn ich schlank bin, dass das vielleicht aus uns noch etwas wird. Aber das kann ich nicht sagen. Das sehen wir dann einfach, was die Zeit mit sich bringt. Ja, das sehen wir. Julia war Freundin, aber auch Antreiberin im Kampf gegen die überschüssigen Kilos. Ich habe eine ganze Fußballmannschaft wieder eingekauft. Ja. Cola, die eklischen Dinger da. Was soll denn das alles essen? Ich meine, den Kühlschrank, den kann man natürlich auch mit gesunden Sachen so vollstopfen. Seine Beziehung kann Andreas nicht mehr retten. Sich selbst schon. Statt einsamem Frustessen sucht er neue Möglichkeiten, um sich besser zu fühlen. Wie sieht es denn jetzt aus in deinem Kühlschrank? Ja, also viel besser wie damals. Viel gesünder. Das Einzige, was noch übergeblieben ist, sind halt hier die Marmeladen. In den Tupperdosen, da tue ich mir immer Salate vorbereiten. Für meine Zwischenmahlzeiten, weil ich ja alle drei Stunden etwas essen muss. Und auch Mittagessen oder Abendessen, auch abends keine Kohlenhydrate mehr, da esse ich nur Salat. Andreas hat sich Hilfe bei einem Ernährungsberater gesucht. Der empfahl Ballaststoffe, Eiweiß und Vitamine. Gut portioniert viermal am Tag. Vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich mal wieder an so einen Punkt komme, wo ich mich gesund ernähre und richtig. Die Ernährungsbestellung fällt mir im Moment sehr leicht. Aber ich kann nicht erklären, warum. Es klappt einfach. Und so geht es auch weiter. Früher hat Andreas aus Kummer und Frust gegessen. Jetzt ist jeder Bissen ein Triumph. Über zehn Kilo hat er durch die Ernährungsumstellung schon abgenommen. Ich bin in Ingers Alexandria Riff. Ich bin in Ingers sausage. Ich bin in Ingersocus. Ich bin in Ingers sophisticern. Bis zum nächsten Mal.